Hands-on lautet bekanntlich die Devise vieler naturwissenschaftlicher Schülerlabore. Und auch wenn sie nicht eins zu eins auf die Geisteswissenschaften zu übertragen ist, habe ich heute zur Vorstellung des virtuellen Schülerlabors Geisteswissenschaften ein konkretes Objekt mitgebracht. Ein Buchobjekt, wie Sie sehen, ein historisches Buch, auf dessen Vorderseite eine Tür ins Innere führt. Dieses Objekt verkörpert das Thema unseres virtuellen Schülerlabors ganz gut. Es geht dabei um das Verhältnis von Literatur und Raum auf verschiedenen Ebenen. Ausgangspunkt ist ein Text vom ausgehenden 18. Jahrhundert. Er stammt von der Autorin, die auch im Titel des Projektes begegnet, Sophie von La Roche. Und er heißt Mein Schreibetisch. Er steht in der Tradition der sogenannten Zimmerreise und liefert eine eine Art Reisebericht durch das Innere dieses Raums. Die Korrespondenzen auf ihrem Schreibtisch, die Bücher in den Regalen, andere Gegenstände. Diesen Text haben wir überblendet mit der Situation unserer Adressatinnen und Adressaten. Den Lockdown 2020, 2021, die Situation des Zurückgeworfenseins auf sich selbst, des Alleinseins mit einem Text und damit zugleich eine Art Urszene literaturwissenschaftlichen Arbeitens, vielleicht im Unterschied zu der stärker teambasierten Arbeit in einem naturwissenschaftlichen Forschungslabor. Es war uns ein Anliegen dieser besonderen Situation nicht defensiv, sondern mit Offenheit und Neugier zu begegnen. Und dieser Zielrichtung entspricht auch die mediale Umsetzung, für die wir uns entschieden haben. Wir haben bewusst Abstand davon genommen, die übliche Form der Simulation von Gemeinschaft zu wählen in Form von Videokonferenzsoftware. Stattdessen arbeiten die Schülerinnen und Schüler in einem passwortgeschützten Bereich, zu dem sie erst über einen Schlüssel, über eine Art Eintrittskarte, das heißt über einen Zugangscode gelangen, den sie von der betreuten Lehrkraft nach der Anmeldung zu dem Projekt erhalten. Im Inneren dieses virtuellen Raums erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen illustrierter Audio-Podcast, der anschließt an die Inhalte des Rahmenlehrplans Deutsch für die Länder Berlin und Brandenburg. Ein Programm, in dem sich Impulse in unterschiedlichen medialen Formen, also beispielsweise Texte zum Download, Bilder, Audio-Files und verschiedene Aufgabentypen miteinander abwechseln. Auf der Grundlage ausgewählter Textauszüge gilt es, eine Planskizze oder einen Grundriss von LaRoches Arbeitsraum zu entwerfen. So sah etwa die Lösung aus, die eine Schülerin uns zugeschickt hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden angeregt, Protokolle oder Inventare der eigenen Arbeitsumgebung anzufertigen. Und auch hierfür haben wir einige bemerkenswerte Beispiele. Wir haben sie ermutigt zu einem kritischen wissenschaftlichen Umgang mit problematischen Text befunden, wie zum Beispiel dem sogenannten N-Wort, das bei LaRoche mehrfach vorkommt. Für eine Recherche zur historischen Semantik, also zur historischen Wortbedeutung, verlinken wir auf das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das DWDS, ein Nachschlagewerk, das an der Akademie selbst erarbeitet wird. Die Schülerinnen und Schüler erhalten schließlich Gelegenheit, Erfahrungen im Umgang mit einem historischen Dokument, einem historischen Buch zu sammeln, was unter anderem bedeutet, abweichende Druckformate wie das Oktav und eine andere Schrift kennenzulernen. Eine Aufgabe läuft unter anderem darauf hinaus, Textstellen aus der Fraktur in die heute gebräuchliche Antiqua zu überführen und den transkribierten Passagen dann inhaltlich weiter nachzugehen. So steht zum Beispiel im zweiten Kurshalbjahr die Epoche der Klassik und ein Drama von Schiller als verbindliche Lektüre auf dem Lehrplan. In einer von uns vorgelegten Textstelle nimmt LaRoche auf Schillers Gedicht die Götter Griechenlandes Bezug und wir werfen die Frage auf, ob und gegebenenfalls warum man dieses Gedicht als Programmgedicht der Klassik bezeichnen kann. In der Abschlusssequenz wird das Leitthema dann noch einmal auf einer anderen Ebene beleuchtet. Vorgestellt werden neuere literaturtheoretische Konzepte, die poetische Texte ihrerseits als Räume beschreiben und zwar als tendenziell offene Räume, in die man auf unterschiedlichem Wege gelangt. Dieser Ansatz erscheint uns methodisch als ein emanzipatorischer und anregender Ansatz, der geeignet ist, junge Leserinnen und Leser zu ermutigen, sich vom Gängelband der Musterlösungen in Deutschlehrbüchern und dergleichen zu lösen und nach eigenen individuellen Zugängen zu literarischen Texten zu suchen.